Oh Mann, Mama, ich mag hier nicht rein. Hier ist bestimmt voll langweilig. Benni, schau mal! Benni, komm jetzt bitte! Voll doof! Mann, ein Fell. Sieht eigentlich ganz gut aus. Oh, wie schön! Eine Flöte und Steinzeitmenschen? Gar nicht so übel, diese Steinzeitmenschen. Was die das wohl verwendet haben? Ach, dafür verwenden die das also. Wow! Eine Höhle! Wow! Wow! Graffiti! Wow! Hehehe, ich kann das mindestens genauso gut. Komm, Benni! Voll cool hier. Mir gefällt es hier. Oh, ein Sperre! Wow! Ein Mabut! Mh, lecker! Mh, lecker! Eigentlich wollte ich ja überhaupt nicht in den Park, aber jetzt denke ich mir, boah, es ist hier cool! Lohnenthal ist, was du draus machst. Besuch uns auf www.archeopark-vogelherd.de